Ja, schönen guten Tag. Schön, dass ihr noch da seid. Nach der Kaffeepause jetzt frisch gestärkt. Ich freue mich, dass ich heute was zum Thema Agenturaufbau erzählen darf. Also wie man mit Joomla ganz gut Geld verdienen kann und wie man tatsächlich sich selbst multiplizieren kann, indem man einfach ein Team aufbaut. Das Ganze basiert quasi auf 15 Jahren Erfahrung, weil ich tatsächlich vor 15 Jahren ziemlich genau auf den Tag sogar gegründet habe, wie man sich das so vorstellt. Klassisch am Küchentisch irgendwie die ersten Joomla-Webseiten für den Bäcker um die Ecke, wie der Lukas schon gesagt hat. Ja, und inzwischen sind wir halt 17 Leute, sitzen in Köln und machen Joomla. Wir machen auch das böse andere große Content-Management-System mit dem W und machen eben auch sehr, sehr viel strategische Beratung, Markenpositionierung, Personenmarkenpositionierung, also sehr, sehr viel auch nicht Technisches. Ich werde selber heute wenig zur Technik sagen. Löchert mich gleich gerne mit Fragen. Ich denke mal, erfahrungsgemäß so eine Viertelstunde am Ende haben wir auf jeden Fall Zeit, um einfach alle möglichen Fragen noch zu klären, wenn irgendwas sein sollte. Okay. Also wie gesagt, aus 15 Jahren Agenturaufbau habe ich so ein paar Sachen mitgebracht und würde einfach mal die wichtigsten Erkenntnisse da heute mit euch teilen, wenn ihr Lust habt. Ich soll, glaube ich, auf die Seite, weil dann ist es besser mit der Kamera. So. Okay. Wer zum Geier ist der Typ? Wie gesagt, Thorsten Bastian. Bastian ist der Nachname. Ihr könnt auch Sebastian sagen. Also ich höre auf quasi alles. Jahrgang 79. Damals gab es noch kein Internet. Ich habe auch irgendwie gestartet tatsächlich mit so Geschichten wie DVDs und CD-ROMs, die wir erstellt haben für Museen, für E-Learning-Plattformen. Und als ich 2004 mich selbstständig gemacht habe, war auch noch nicht ganz klar, ob sich das mit dem Internet dauerhaft durchsetzt. Aber zum Glück hat es das dann ja auch getan. Genau. Und mache inzwischen fast nur noch Vorträge, Beratungen, Seminare, sowas. Und entwickle quasi mit den Kunden die Konzepte, weil ich tatsächlich aus der eigentlichen Programmierung schon ganz, ganz lange raus bin. So. Das war jetzt der Werbeblock. Jetzt geht's los. Wer von euch ist denn Freelancer oder komplett selbstständig? Einmal kurz. Okay. Alle. Super. Oder fast alle. Einer hat einen Tee in der Hand. Wer hat von euch noch nie als Berater, Psychologe, Blitzableiter oder Sonstiges für Kunden gedient? Einer. Okay. Aber der Rest quasi berät und macht alles, was so eine normale Agentur eigentlich auch macht. Heißt, im Grunde seid ihr fast schon eine One-Man-Agentur oder vielleicht auch in einem Netzwerk unterwegs. Wer von euch arbeitet bereits in einer Agentur? Vielleicht als Fester? Okay. Ja. Super. Gibt es auch jemanden, der selber eine Agentur hat? Hier. Ah ja. Okay. Sehr gut. Wer würde sagen, er ist zufrieden mit dem, was er bisher verdient und sagt auch so, ach, Rente, da kann ich jetzt locker eigentlich mit 50 in Rente gehen. Echt? Sehr gut. Okay. Cool. Das heißt, wer mindestens einmal aufgezeigt hat, der ist auf jeden Fall im richtigen Raum. Das ist schon mal super. Alle anderen dürfen auch bleiben. Also legen wir los. Die Frage ist, warum habt ihr noch keine Agentur oder warum seid ihr eigentlich noch nicht als Agentur entsprechend organisiert? Und wieso habt ihr den Schritt noch nicht gemacht? Ich habe da jahrelang selber auch gebraucht. Also ich war acht Jahre selbstständig bis zum ersten Festangestellten. Habe vorher immer alles mit Freelancern gemacht. Und mit dem ersten Festangestellten, das ist eine Riesenüberwindung, weil man sich sagt, okay, jetzt habe ich plötzlich drei, vier, 5000 Euro jeden Monat, die ich bezahlen muss an jemand anderen. Wenn man den Schritt aber einmal gemacht hat, wird man relativ schnell merken, das kann ich euch allen versprechen, dass man auch plötzlich eine ganz andere Denkweise hat, weil man eben diesen Druck im Hinterkopf hat. Und plötzlich macht man Vertrieb, plötzlich traut man sich auch mehr Geld bei den Kunden zu verlangen und dann baut sich das Ganze eigentlich fast nebenher auf. Es ist jede Menge Arbeit, es gibt auch jede Menge schlaflose Nächte, aber in der Regel ist wirklich so der entscheidende Moment, einmal den ersten Festangestellten reinzunehmen. Der nächste entscheidende Moment ist dann vielleicht das erste fünfstellige Projekt. Wir haben inzwischen mit Joomla sogar sechsstellige Projekte gemacht. Auch sowas funktioniert. Erzähle ich auch gleich nochmal ein bisschen was zu, was wir da gemacht haben und wieso das geklappt hat. Okay, ich würde gerne mit euch eine Pyramide bauen. Ich habe die beim Lukas gesehen heute Morgen, dachte, das baue ich jetzt auch mal bei mir ein. Ich habe mal geguckt, im Normalfall gibt es ja so mehrere Stufen, die man so in seinem Joomla-Leben durchläuft. Also ich habe auch gestartet, mehr oder weniger auf dem Hobby-Level. Das wird der ein oder andere kennen. Ich denke mal, von euch ist jetzt jeder nicht mehr auf dem Hobby-Level, sondern schon ein, zwei Stufen weiter. Hobby bedeutet, ich habe begrenztes Wissen, weiß vielleicht nicht, wie ich alles machen muss, mache vielleicht Dinge auch besonders umständlich, kriege aber für Freunde, Bekannte, meinen eigenen Fußballverein, was auch immer, die Webseite irgendwie hin. Der limitierende Faktor ist da also tatsächlich einfach das Wissen, weil man eben das noch nicht 100 Prozent kann, ist vielleicht auch noch nicht in der Community drin, was der Alex heute Morgen erzählt hat und weiß vielleicht auch noch nicht, wem man fragen kann, um bestimmte Probleme zu lösen. Roundabout kann man damit vielleicht 10.000 Euro im Jahr an Umsatz machen, muss man aber vielleicht auch gar nicht mehr, weil man in der Regel davon nicht leben muss, sondern macht es halt wirklich nebenher, macht es vielleicht auch komplett ehrenamtlich oder für sich selbst. Das wäre dieser Hobby-Level. Der nächste Level wäre der Profi. Da sind wahrscheinlich schon einige bei euch dann drin. Der limitierende Faktor ist dann die Zeit, weil ich kann halt nicht mehr als 12, 14 Stunden am Tag arbeiten und sollte das vielleicht auch nicht über mehrere Jahrzehnte durchziehen mit 14 Stunden. Das heißt, ich schaffe es einfach nicht, mich selber zu multiplizieren. Das heißt, der Flaschenhals in der Rechnung bin eigentlich immer ich, weil ich zwar alles mit Joomla machen kann, aber ich bin tatsächlich einfach von meiner Zeit her begrenzt und kann mich nicht zwei oder drei teilen. Kann man so roundabout 50.000 Euro machen im Jahr, kann man also schon durchaus gut von leben. Dann haben wir den Experten. Der Experte ist quasi der nächste Level. Da werden ganz viele von euch wahrscheinlich sein, die sagen, ich kann das. Ich kann vielleicht auch Teilbereiche, ich habe mich spezialisiert auf vielleicht nur Frontend oder nur Backend-Entwicklung und habe ein Netzwerk aus Leuten. Wer von euch hat ein Netzwerk? Also wer arbeitet öfter mit anderen zusammen? Okay, ja. Dann seid ihr sehr wahrscheinlich in dem Experten-Level. Das heißt, da ist der limitierende Faktor eigentlich das Geld, weil du halt, wenn du dich spezialisiert hast, sehr viel mit externen arbeitest, mit anderen Freelancern und eben da sehr, sehr viel Geld auch entsprechend liegen lässt oder ausgibst, um mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Habe ich jetzt mal gesagt, so roundabout kann man da, wenn man das ordentlich anstellt, 100.000 Euro im Jahr an Umsatz generieren. Und der nächste, letzte Level wäre quasi die Agentur. Ja. Ja, Netto-Umsatz, aber halt noch vor Steuern. Ja. Der nächste Level wäre dann quasi die Agentur. Das heißt, da gehe ich nochmal einen Step weiter und hole vielleicht die Leute, mit denen ich lose zusammengearbeitet habe und mache mit denen in irgendeiner Form eine GbR auf oder GmbH oder was es in Österreich vielleicht gibt, habe ich keine Ahnung. Das heißt, ich habe vielleicht auch ein Büro, also ich habe ein festes Team. Da ist tatsächlich der limitierende Faktor dann nur noch das Personal. Ja, weil in der Regel wirst du dann auch die Kunden entsprechend haben, die du vielleicht haben willst, schaffst es aber vielleicht nicht, genügend Personal zu bekommen. Wir suchen im Moment gerade zwei Entwickler und in Köln gibt es einfach keine guten Entwickler momentan, die Bock auf eine Festanstellung haben. Oder sie sind halt nicht wirklich bezahlbar. Die zwei Fälle gibt es. Und da kannst du quasi irgendwas jenseits der 300.000 Euro machen. Solltest du auch, weil dann hast du ja auch entsprechend schon Gehälter, Leute, die bezahlt werden müssen, ein Büro und so weiter und so fort. Das heißt, diese vier Stati wird irgendwann, wenn man Bock darauf hat, jeder mal durchlaufen. Der eine oder andere sagt aber auch, mir reicht es, ich bin auf dem Profilevel, bin glücklich, ich will das gar nicht. Muss halt jeder selber entscheiden. Aber das wären so grob die vier Bereiche, die ich auch selber durchlaufen bin. Also wirklich vom Küchentisch selber irgendwie rumgefrickelt. Die Seiten will heute keiner mehr sehen. Es sind zum Glück auch nur noch zwei online und ich sage nicht welche. Dann tatsächlich so ein bisschen professionalisiert, erste Leute kennengelernt. Und tatsächlich zwischen diesem Schritt vom Experten bis zur Agentur hat es bei mir acht Jahre gedauert. Ich würde es heute, rückblickend, hätte man es eigentlich schneller machen sollen. Also ich würde jedem, der jetzt noch überlegt und sich nicht sicher ist, seid mutig, probiert es aus, weil sobald ihr mehr als zwei Personen seid, kann eigentlich auch mit einem System wie Joomla im Rücken nichts schief gehen. Ihr müsst nur eins lernen und das ist halt das Hauptding, das ist Verkaufen. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, in Deutschland ist, wenn du sagst, ich verkaufe oder ich mache Vertrieb, dann ist das immer so, da muss man sich schon fast entschuldigen, weil die Leute immer das Gefühl haben, man dreht denen irgendetwas an, was sie nicht wollen. Aber wenn ihr hinter eurer Service, hinter eurem Service, hinter eurer Dienstleistung, hinter dem Produkt steht, ist es eigentlich unterlassene Hilfeleistung, wenn ihr den Leuten da draußen nicht sagt, was ihr anbietet. So muss man es eigentlich sehen, weil der Nächste, der es vielleicht schlechter macht und einfach nur lauter trommelt, der nehmt euch dann den Auftrag weg und der Kunde wird damit eben auch nicht glücklich. Jetzt haben wir eine Pyramide gebaut, jetzt würde ich gerne mit euch ein Auto kaufen. Ja. 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 Gibt es in Köln oder in Deutschland allgemein auch das Modell? Hier gibt es bei uns auch meistens dann irgendwie eine Agentur, die nur Friseur-Webseiten baut oder nur Reisebüros und die kommen dann halt aus der Schublade, wird dreimal an den Farben gedreht und das Logo ausgetauscht. Ja, das gibt es in Deutschland leider auch. Halte ich aber ehrlich gesagt nichts von. Ich zeige aber auch gleich mal, wie wir das machen oder was wir vielleicht anders machen. Ja. Stimmt. Ist auch nicht in Ordnung. Machen wir mal einen Ausflug ins Autohaus. Völlig anderes Beispiel. Ich wird gleich klar, warum. Stellen wir uns mal vor, wir gehen zusammen irgendwie ein Auto kaufen. Ja. In der Regel ist man ja durchs Internet schon mal vorinformiert und weiß grob, was man so haben möchte. Also Ausstattung. Und wenn wir jetzt ins Autohaus A zum Beispiel gehen würden und sagen, pass auf, wir wollen BMW, Audi, was auch immer. Sucht euch irgendein Auto aus. Wir hätten gerne ein Navigationssystem zum Beispiel. Wir hätten gerne eine dicke Soundanlage drin, Ledersitze und von mir aus soll das Ding auch noch eine Hupe haben. So. Dann habe ich quasi meine Grundkonfiguration. Und es ist tatsächlich so, wir betreuen zum Beispiel den deutschen Kfz-Verband. Das sind normale Listenpreise. Das heißt, ein Autohaus hat, zumindest in Deutschland, relativ wenig Spielraum, da was preislich zu machen. Das heißt, die Angebote sind eigentlich immer vergleichbar. Wenn wir jetzt zum Autohaus A gehen, schönen guten Tag, Hund wird gestreichelt, es gibt Kaffee, es gibt Kuchen, keine Ahnung. Man geht halt diese ganze Konfiguration durch. Die rote Linie ist also das, was man eigentlich haben möchte. Und dann sagt der Verkäufer zum Beispiel, passen Sie mal auf, jetzt haben wir ja Frühjahr. Wir machen jetzt noch für ein, zwei Monate, machen wir Ihnen noch Winterreifen auf das Auto. Sie kriegen aber einen Satz Sommerreifen kostenlos mit dazu. Und diese Sommerreifen, damit Sie da keinen Stress haben, die lagern wir bei uns ein. Und der erste Sommerreifen oder Reifenwechsel ist auch noch kostenlos, wenn Sie heute das Auto kaufen. Oder wenn Sie es unterschreiben. Das heißt, ich habe eigentlich das bekommen, was ich wollte. Habe noch ein bisschen mehr bekommen. Ich weiß nicht, ob es Frauen auch so machen. Männer gehen dann aber mindestens noch in ein zweites Autohaus und fragen da auch noch mal nach. Das heißt, du gehst dann eben hin und sagst hier, ich hätte gerne ein Navigationssystem, eine Hupe soll das Ding haben, eine dicke Soundanlage und Ledersitze. So, und dann sagt er im Idealfall auch, ja, 43.000 Euro und 55,50 Cent. Genau der gleiche Preis wie bei Händler A. Normalerweise sitzt du jetzt ja dann schon da und denkst so, okay, kommt jetzt noch irgendein Angebot? Wenn da nichts kommt, geht man natürlich hin und sagt, ja, wie sieht denn das aus? Jetzt im Moment ist ja Wetterwechsel, kriege ich vielleicht auch noch einen Satz Sommer- oder Winterreifen dazu. Sagt er, ja, können wir machen. Und wie ist das mit der Einlagerung? Ich habe keinen Bock, die immer hin und her zu schleppen und mir die Hände dreckig zu machen. Außerdem habe ich sie im Rücken. Kriegen wir die irgendwie eingelagert? Ja, können wir auch machen. Und der erste Reifenwechsel ist ja auch mit drin. Und spätestens jetzt weiß er, ach du Scheiße, der war bei Händler A jetzt schon. Jetzt muss ich also irgendwie gleichziehen. Sagt er, ja, machen wir auch noch, kriegen wir irgendwie hin. Ist aber normalerweise alles nicht mit drin. Das heißt, Händler B macht jetzt eigentlich das Gleiche, was euch Händler A angeboten hat. Wo würdet ihr kaufen? Wo würdet ihr unterschreiben? Würdet ihr bei Händler B unterschreiben? Oder würdet ihr zu Händler A zurückgehen? Wer würde bei B unterschreiben? Zwei, drei, vier. Wer würde zu A zurückgehen? Mehr, okay. Ist relativ normal, dass die meisten Leute zu A wieder zurückgehen würden. Ist zwar nochmal eine Fahrt extra und man muss sich wieder mit dem zusammensetzen. Aber einfach aus dem Grund, weil Händler A es von sich aus angeboten hat. Das heißt, bei Händler B, der war 65, weiß ich nicht, wenn der nächstes Jahr in Rente geht, ob seine Kollegen sich noch daran erinnern können, dass da irgendwo meine Reifen eingelagert werden. Das heißt, da habe ich einfach schon ein ungutes Gefühl. Was will ich mit der Story erzählen? Wenn euch Kunden fragen und sagen, ich brauche eine Joomla-Webseite oder in der Regel sagen die ja, ich brauche eine Webseite. Ob die dann Joomla bekommen oder was anderes, das ist denen ja zumindest sehr, sehr vielen unserer Kunden eigentlich egal. Dann könnt ihr einen kleinen Trick machen. Gebt irgendetwas mehr dazu. Weil ich weiß nicht, ob ihr das schon oft gehört habt nach einem Gespräch. Ja, ich frage noch zwei andere Agenturen oder ich habe noch zwei andere irgendwie. Wir gucken mal. Durch den kleinen Trick, dass wir immer irgendwas on top geben. Und das sind meistens Dinge, die uns nicht viel kosten, die dem Kunden aber was bringen. Zum Beispiel ein Jahr kostenloses Hosting bei uns auf den Servern. Oder ein Jahr lang kostenlose Wartungen, Updates. Ist bei uns alles automatisiert. Die Server stehen da eh rum. Der Kunde sagt aber, Menschenskinder, der hat das von sich aus extra angeboten. Das musste ich nicht raushandeln. Und das erhöht zu 80 Prozent die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige sogar, wenn ihr teurer seid, zu euch geht. Ja, wir haben es ausprobiert. Es funktioniert, sage ich mal, bis zu 50 Prozent teurer. Das heißt, teilweise kommen Kunden zu uns, sagen wir mal fiktiv, wir wollen 7500 Euro für die Seite. Ein Mitbewerber bietet es für 5000 an. Der bietet aber nicht dieses Jahr Hosting. Das Jahr Hosting hat einen Gegenwert von 120 Euro. Und trotzdem kommt der Kunde dann zu uns, weil er sagt, die denken mit. Die bieten von sich aus was an. Also teilweise bis zu 50 Prozent mehr kannst du verlangen, wenn du so ein kleines Goodie mit oben drauf legst. Wichtig ist, dass du es von dir selbst aus eben anbietest. Das bedeutet, wenn ihr der rote Apfel seid, heißt, der Kunde sagt ganz klar, okay, ich habe drei Agenturen im Rennen oder ich habe drei Freelancer im Rennen und ich suche jetzt denjenigen, der es wird, müsst ihr gucken, dass ihr herausstecht. Und das bringt nichts, wenn ihr nur der rote Apfel seid. Also nur der lustige neue Freelancer, die neue Freelancerin, die irgendwie mit dem Moped kommt und irgendwie ganz fancy Klamotten hat oder die Agentur seit den vergoldeten Eingang hat. Das reicht in der Regel nicht, sondern ihr müsst einfach tatsächlich was Besonderes machen. Ihr müsst aus dieser Vergleichbarkeit rauskommen. Funktioniert übrigens auch, wenn ihr optionale Posten mit auf eure Angebote macht. Wir haben die Beauftragung unserer Angebote tatsächlich fast verdoppelt die Rate, nachdem wir hingegangen sind und immer optionale Posten mit reingenommen haben. Die werden am Ende in dem Angebot nicht in die Gesamtsumme reingerechnet, sagen aber dem Kunden, pass mal auf, die können auch noch das und das anbieten. Klassisches Beispiel, SEO-Betreuung oder Speed-Optimierung, Wartung, was auch immer. Eine Stunde Joomla-Support im Monat, telefonisch, per Team-Viewer, per was auch immer. Nur dadurch, dass ihr es schon anbietet, seid ihr eigentlich aus der Vergleichbarkeit raus. Weil auch da wieder 80% eurer Mitbewerber werden genau das anbieten, was der Kunde will. Und im Grunde genommen, deswegen habe ich auch hier die Äpfel genommen, will der Kunde vielleicht nicht den dritten Apfel haben, sondern wenn ihr dem zwei Minuten mehr zuhört und nochmal hinterfragt, was er eigentlich braucht, will der vielleicht Apfelsaft. Und wenn alle anderen Äpfel anbieten und ihr bietet direkt den Apfelsaft an, dann wird der sehr wahrscheinlich zu euch gehen. Das bedeutet einfach nochmal überlegen und hinterfragen auch, braucht der Kunde auch wirklich das, was er da gerade glaubt zu brauchen? Und was kann ich leicht an meinem Angebot ändern, um einfach nicht mehr vergleichbar mit den anderen, die ins Rennen gehen, zu sein? Das heißt, bei uns tatsächlich, es ist zum einen der Service, also wir versuchen tatsächlich telefonisch immer erreichbar zu sein von 10 bis 17 Uhr unter der Woche. Wir haben ein 24-Stunden-Ticketsystem, wenn es zu irgendwelchen Problemen mit den Webseiten kommt. Wir bieten telefonische Erstberatung an, wir fahren zum Kunden. Das Erstgespräch kostet nichts. Damit kann man sich auf jeden Fall schon unterscheiden. Ist natürlich aber auch eine Geschichte, wenn ihr komplett als Einzelkämpfer unterwegs seid, wird genau der Bereich euch komplett auffressen, weil das ist halt das Intensive, was die Arbeitszeit auffrisst und wo ihr dann eben ganz schnell wieder an dieses Limit des Faktors Zeit ran geratet. Und dann kann man einfach mal verrückte Sachen machen während so einem Projekt. Hat den Vortrag außer dem Robert und dem Lukas schon jemand gehört irgendwie in Deutschland? Aha, okay. Und trotzdem nochmal da. Okay. Was wir zum Beispiel für unsere Kunden machen, wenn die die Webseite von uns online geschaltet bekommen, dann bekommen sie eine Woche später gerahmt per Post eine Geburtsurkunde zugeschickt. Da steht dann die Webseite xyz.at, ging am so und so fehlten online und es sieht halt aus wie eine Geburtsurkunde und ich kenne keinen Kunden, der sich das Ding bisher nicht aufgehängt hat. Ich sage mal, Wareneinsatz, zwei Euro für den Rahmen von Ikea und ein guter Farbdrucker und drei Euro mit der Post für schicken. Das Coole ist, die meisten hängen sich das auf und zwar in ihrem Büro und die wiederum haben ja auch Kundenkontakt und wir haben teilweise echt Leute, die anrufen und sagen, ich habe bei meinem Lieferant, bei meinem Geschäftspartner diese Urkunde gesehen und ich will auch so ein Ding. Was kostet eine Webseite bei euch? Über die Online-Stellung, die Geburt der Webseite. Genau, ausgedruckt und gerahmt. Ja. Ja, könnt ihr, das ist ja nicht geschützt. Ich habe sogar jetzt schon jemanden, ich habe den Vortrag, wann habe ich den das erste Mal gehalten? Irgendwie im Herbst letzten Jahres und mir hat jetzt jemand sogar schon ein Foto geschickt, der macht eine Box, wenn die ein Jahr alt wird, die Webseite, dann ist da irgendwie ein Partyhut, Konfetti und so ein Yes-Torty drin. Dann hast du nach einem Jahr direkt wieder, bist du wieder im Gespräch. Ja. Was wir zum Beispiel auch machen, wenn wir wissen, Kunde ist im Urlaub, dann schicken wir ihm eine Postkarte mit dem Kölner Dom drauf, schicken die an seine Firmenadresse und wenn er zurückkommt, dann sind wir die Einzigen, die in so einem Postkasten sind und nicht eine Rechnung sind, eine Mahnung sind oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach, schön, dass du wieder da bist. Willkommen zurück in Köln. Kostet 50 Cent. Keine Ahnung, was eine Postkarte kostet 70 Cent. Das sind halt so Kleinigkeiten. Macht irgendwas Durchgeknalltes. Wir haben auch bei einer Konferenz zum Beispiel mal Flaschenöffner verschenkt. Die hingen an der Postkarte dran und auf der Postkarte stand, haben sie auch öfter mit Flaschen zu tun. Also von daher kann es halt einfach frech sein. Einfach ein bisschen drüber sein. So wie es Lukas auch gesagt hat, beim Design einfach mal was Extremes machen. Die meisten finden das cool. Oder schickt eurem Kunden mal eine Videonachricht per WhatsApp. Hat der bestimmt auch noch von keinem anderen bekommen. Ja. Ja. Ja, ist cool. Wir haben zum Beispiel einem Kunden beigebracht, also wir machen auch so ein bisschen manchmal Vertriebstraining und wir haben einem Autohaus, was bei uns Kunde ist, gesagt, wenn das Auto zur Wartung war und ihr seht hinten, dass ein Kindersitz zum Beispiel drin ist, dann legt auch ein kleines Kuscheltier rein. Oder von mir aus auch, wenn das zu aufwendig ist, eine Packung mit Gummibärchen. Funktioniert hervorragend. Du hast einfach zufriedenere Kunden, die empfehlen dich aufgrund von einer Gummibärchenpackung, die einen Euro kostet oder 20 Cent, empfehlen die dich weiter. Also es sind manchmal ganz einfache Geschichten. Und als sie das gerafft haben und solche Storys gemacht haben, ging plötzlich die Weiterempfindungsrate durch die Decke. Obwohl wir vielleicht technisch gar nicht so ausgefeilte, tolle Sachen machen. Da kann ich meine Hand für ins Feuer legen, dass bei euch sicherlich einige Programmierer dabei sind, die bessere Joomla-Webseiten vielleicht sogar machen. Aber wir machen einfach irgendwie manchmal komische Dinge, die so keiner erwartet. Wer würde sagen, dass es bei einem Kaffee mehr auf den Inhalt oder um das Drumherum geht? Wir sind ja hier in Wien, da gibt es ja, glaube ich, die Wiener Kaffeehäuser. Wer würde sagen, wenn ihr euch einen Kaffee holt, wer achtet mehr, dass es ein guter, leckerer Kaffee ist? Hochwertig. Okay. Ja, das ist etwa die Hälfte. Wer sagt, das Drumherum ist wichtiger? Okay. Also der Kaffee darf natürlich nicht komplett grausig schmecken, völlig klar. Es hält sich immer die Waage etwa bei dieser Folie, wenn ich die an die Wand werfe. Das Witzige ist, wenn ich das nächste Bild zeige, müssen immer schon alle lachen, weil dieser Pappbecher von Starbucks kostet so, wie er da ist, 3,90. in Deutschland. Weiß nicht, Starbucks gibt es in Österreich auch? Ja. Okay. 3,90 für einen einfachen Filterkaffee. Der ist nicht sonderlich qualitativ hochwertig und der schmeckt, wenn man dann jetzt blind verkosten würde, auch nicht so viel besser, als der vom Kiosk um die Ecke oder vom Bahnhof. Warum kann Starbucks das Dreifache verlangen von dem Kiosk um die Ecke? Der gleiche Kaffee. Eigentlich sogar der gleiche Becher bis auf das grüne Logo. Marketing und Erlebnis. Du kommst, ja, du kommst nach einem gestressten Tag, kommst du in deinen Starbucks rein, hast vielleicht einen Laptop unter der Hand, weißt, ich habe gleich kostenloses WLAN, dann gehst du als Typ dahin, dann kommt eine hübsche Frau, fragt nach deinem Namen, passiert auch nicht immer. Dann sagst du Thorsten, dann steht Tobias auf dem Becher, ist egal. Aber es fragt dich plötzlich jemand an deinen Namen, dann kriegst du noch irgendwie Essen dazu angeboten, dann gibt es noch 20.000 Sondersirup-Geschichten und plötzlich bist du irgendwie bei 8 Euro für einen Kaffee. Aber du fühlst dich wohl, weil da drin riecht es gut, da gibt es ein Sofa, es gibt kostenloses WLAN, schöne Musik. Und plötzlich sind wir bereit, das Dreifache zu bezahlen, obwohl das Produkt an sich genau das Gleiche ist, was ich auch um die Ecke bekomme. Nur da wird es nicht so schön vermarktet und nicht so schön viel drumherum gezaubert. Bedeutet, ihr müsst es eigentlich, das hat Lukas in seinem Vortrag ja auch gesagt, eigentlich nur in Anführungsstrichen schaffen, den Kunden bei Vertragsunterzeichnung so zu begeistern, dass er bereit ist, das Doppelte oder das Dreifache zu zahlen, oder etwas mehr zu zahlen als beim Mitbewerber. Und die Tricks sind teilweise sehr, sehr klein. Könnte ich auch locker drei Tage drüber reden, ist jetzt hier halt die Schmalspur und die schnelle Variante. Einfach wirklich immer noch mal überlegen, wenn ihr einen eigenen Service rausbringt, eine eigene Dienstleistung, ein eigenes Produkt, einfach immer mal in diesen Kaffeebecher denken, was kann ich drumherum anbieten, was mir nicht wehtut, was aber dem Kunden den Kaufanreiz gibt, mehr Geld auszugeben. Das heißt, Starbucks bietet eigentlich keinen Kaffee an, Starbucks löst ein Problem. Wenn ich gestresst bin, mit meiner Freundin einkaufen war, dann kriege ich da zumindest eine bequeme Couch, ein warmes Plätzchen, wo ich mich hinsetzen kann, und kann kurz mal meine E-Mails checken. Es sind also eigentlich Problemlöser und es keine Kaffeebude im eigentlichen Sinn. Das heißt, welches Problem löst ihr und welches Problem löst ihr besser, als es eure Mitbewerber tun? Wenn ihr die Frage angeht und dann noch dieses etwas mehr anbietet, euch fragt, warum sind wir besser als die Mitbewerber oder wo können wir anders sein als die Mitbewerber und was können wir besonders gut, dann seid ihr, und es ist wirklich so einfach, dann seid ihr ganz schnell an dem Punkt, wo ihr mit den 14 Stunden am Tag nicht mehr auskommt und aber auch kein Problem haben werdet, jemanden schon mal halbtags zu bezahlen, dann eine volle Stelle, den zweiten, den dritten, den vierten Mitarbeiter. Weil dann werdet ihr von alleine, ohne Suchmaschinenoptimierung, ohne irgendwelchen Kram, einfach von den Kunden, die ihr jetzt schon habt, gemocht und ihr werdet weiterempfohlen. Und witzigerweise kann man sich dann sogar kleinere Fehler erlauben, weil man plötzlich mit einer ganz, ganz anderen Stimmung und auf einer ganz anderen Augenhöhe miteinander unterwegs ist und dann ist auch ein kleines technisches Problem überhaupt kein Riesendrama, weil der Kunde halt merkt, okay, die kümmern sich aber wenigstens und dann macht die Arbeit auch eigentlich mehr Spaß. Das heißt, ihr müsst auch halt auch immer überlegen, wofür brennt ihr, was begeistert euch und was möchtet ihr im Grunde genommen besonders gerne machen und euch darauf spezialisieren. Beim einen wird es das Programmieren sein, beim nächsten ist es vielleicht das Webdesign, was auch immer. Und dann immer die Frage, könnt ihr aus dem ein Gesamtpaket schnürenden Produkt entwickeln? Ja, wir haben zum Beispiel dieses Wartungsprodukt entwickelt und das ist halt direkt mit Hosting, wenn man das möchte. Man kann das also problemlos ausbauen. Das heißt, wir verkaufen eigentlich nicht mehr Joomla als System, weil meiner Meinung nach kann man mit Joomla an sich erstmal kein Geld verdienen, sondern nur mit der Dienstleistung und den ganzen Sachen, die man damit Tolles machen kann. Das heißt, wir packen eigentlich Joomla in irgendein sehr, sehr gut greifbares, attraktives Paket für unsere Kunden. Aber wie finde ich die Kunden? Wer hat Probleme, Kunden zu finden? Keiner? Doch, da? Okay. Das Schöne ist, wenn du mal Kunden hast, dann läuft es von alleine. Kunden finden ist relativ am Anfang schwierig, wenn du halt noch nicht viele Referenzen hast und nicht sagen kannst, hier das, für den habe ich schon gearbeitet und so weiter. Dann musst du tatsächlich Online-Marketing machen für dich selbst. Stell dich hin, nimm YouTube-Videos auf. Am Anfang mag man das nicht und wird sich auch unwohl fühlen. Haut raus an Content über Instagram, über alle möglichen Kanäle und macht euch zum Experten für eine bestimmte Nische. Dann wird das funktionieren. Und fragt euch von Anfang an, welche Kunden wollt ihr? Ich höre ganz oft von Agenturen, die dann sagen, ja, der Kunde hat schon wieder versucht, mich im Preis zu drücken und hier und da musste ich jetzt schon wieder irgendwie mehr leisten. sagen, du wirst in der Regel Kunden anziehen, die ähnlich sind wie du selbst. Das heißt, wenn du selber bei jedem externen Dienstleister, bei jedem Kooperationspartner immer an der Preisschraube drehst und sagst, das brauche ich günstiger, das brauche ich noch schneller, dann wirst du auch genau solche Kunden bekommen, die das mit dir auch machen. Da bin ich der absoluten Überzeugung. Das heißt, wenn du deine externen Dienstleister fair behandelst und wenn du die fair bezahlst, dann wirst du in der Regel auch genauso von deinen Kunden behandelt. Das heißt, werde selbst am besten zu dem Kunden, den du als Kunden auch anziehen willst. Ich habe einen Bekannten, der verkauft zum Beispiel in Dubai, verkauft er Luxusimmobilien. Gut, jetzt gibt es in Dubai keine normalen Immobilien, deswegen ist das einfach. Der hat sich tatsächlich eine Woche lang im Burj Khalifa, das ist dieser hohe Turm mitten in Dubai, in den Aufzug gestellt und hat da acht Stunden in dem Aufzug zugebracht, weil ab Etage 40 fangen da die Eigentumswohnungen an und er hat nur geguckt, wer drückt auf 40 und höher und hat den Leuten seine Visitenkarte gegeben. Da hingefahren ist er morgens und abends mit dem Nissan Micra. Hat verdammt viel und verdammt lange gedauert, das war ein Deutscher, kannte niemand, hat aber durch diese Methode, weil er einfach ein bisschen crazy war und was anderes gemacht hat, die ersten Kunden bekommen und lebt jetzt selber in diesem Burj Khalifa, hat jetzt selber einen Sportwagen und zieht plötzlich diese Kunden magisch an, weil er jetzt in den Bereichen, in den Restaurants unterwegs ist, wo diese Kunden abends sind und kann sich vor Aufträgen quasi nicht mehr retten. im besten Monat für 14 Millionen US-Dollar Wohnungen vermittelt. Wenn man dann weiß, dass der 3% von dem bekommt, kann man relativ schnell hochrechnen, was man da machen kann. Aber dieser Switch vom Micra-Fahrer zum Sportwagen, so blöd es klingt, hat quasi die Leute angezogen. Also überlegt euch, wen ihr haben wollt und versucht auch so ein bisschen so zu werden, wie derjenige. Heißt jetzt nicht, ballert alle Kohle raus, verschuldet euch und nur weil ihr jetzt irgendwie die Dame links da als Kundin haben wollt, das bringt auch nichts. Also man sollte schon noch so bleiben, wie man ist. Aber wenn ihr wirklich nur mit nörgeln Kunden zu tun habt, schaut mal, ob ihr vielleicht selber auch nörgelnder Kunde seid. Okay. Ich hänge ein bisschen in der Zeit. Ich mache jetzt so ein bisschen schneller. Wer von euch hat schon mal ein Entenei gegessen? Bitte einmal Handzeichen. Keiner? Okay. Enteneier sind in der Regel größer als Hühnereier. Wenn du 10 Leute fragst, sagen 8, die schmecken auch besser und der Knaller ist, Enteneier haben viel, viel weniger Cholesterin. Die Hälfte an Cholesterin. Also du kriegst mehr Ei, das schmeckt in der Regel besser und es ist gesünder. Trotzdem hat von uns hier keiner, ich habe auch noch keins gegessen, noch niemand ein Entenei gegessen, weil es die Dinger nicht im Supermarkt gibt. Warum ist das so? Was macht die Ente, wenn die ein Ei gelegt hat? Die verzieht sich und geht schwimmen. Wir kaufen aber alle Hühnereier. Die kleineren, ungesünderen und nicht so gut schmeckenden Eier. Warum? Weil die schreien, die legen ein Ei und machen einen riesen Rabatz, bis jeder weiß, das Scheißvieh hat ein Ei gelegt. Das heißt, ihr werdet nicht Aufträge an bessere Dienstleister verlieren. Ihr werdet nicht bestimmte Projekte nicht bekommen, weil da jemand ist, der es besser kann oder der es günstiger kann, sondern ihr werdet die Aufträge nicht bekommen, weil eure Kunden nicht wissen, dass ihr sowas könnt, dass ihr sowas anbietet oder wenn sie eine Dienstleistung suchen, nicht wissen, dass es euch überhaupt gibt. Das heißt, eines der großen Learnings neben der Geschichte, mach dein eigenes Ding, sei ein bisschen verrückt, guck, welche Kunden du haben willst, ist eben auch wirklich wie das Huhn einfach laut gackern über jeden Mist, den ihr macht, postet es in allen Social Media Kanälen, macht einen Blog, macht einen Podcast, haut raus, was geht, damit die Leute einfach mitkriegen, was ihr da tut. Weil ich bin mir 100% sicher, dass alle, die hier im Raum sind, sonst würden wir hier nicht im abgedunkelten Raum am Freitagnachmittag sitzen, alle super engagiert sind, super Produkte haben, wir haben alle Joomla im Hintergrund, von daher mega Voraussetzung, ihr müsst es nur eigentlich schaffen, dass die Leute euch kennen und direkt wissen, Mensch, wenn ich nochmal eine Webseite brauche, schaue ich an die Wand hinter mir, sehe die Geburtsurkunde und dann frage ich gar keinen anderen, sondern rufe die komischen Typen an, die mir vor fünf Jahren die Geburtsurkunde zu meiner Webseite geschenkt haben. Das heißt, macht das, was ihr macht, aus Passion heraus und dann wird das Ganze von alleine eigentlich funktionieren. seid mutig, geht andere Wege und wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, holt Leute mit ins Boot und werdet größer und spezialisiert euch vielleicht auch. Also ich habe den Vortrag, glaube ich, in Nürnberg das erste Mal gehalten, da hat mich jetzt tatsächlich jemand, der im Publikum saß, hat mich angesprochen, nochmal per Mail oder per Facebook, glaube ich, und hat gesagt, ich habe den Rat einfach befolgt und habe mich spezialisiert und er macht jetzt, er sitzt in der Pfalz, in der Weinregion in Deutschland und macht jetzt nur noch Winzer-Webseiten mit Joomla. Der macht nichts mehr anderes. Da wird man jetzt nicht total reich mit einer Joomla-Webseite für so einen Winzer, aber der hat jetzt innerhalb von einem halben Jahr, glaube ich, 40 Joomla-Webseiten für Winzer gemacht. Und jeder Winzer, und wenn man mal in der Pfalz war, weiß man, in jedem Dorf sind mindestens 10 bis 15 Winzer, der krasst ja jetzt einfach Dorf nach Dorf nach Dorf ab und baut Winzer-Seiten. Und der baut die halt nicht so 1.800 Euro pro Jahr, sondern 2.500 Euro einmalig und dann hast du Spaß damit. Okay, das wäre mein kleiner Vortrag. Habt ihr noch Fragen? Gibt es irgendwas, was ihr noch wissen wollt? Ja. 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 Das verändert sich natürlich, klar. Ich hatte auch riesen Spaß mit Mambo oder mit Joomla 2003 Webseiten zu bauen. Ich habe jetzt in den letzten drei Jahren vielleicht mal zwei Zeilen CSS geschrieben, mehr nicht. also es wird halt an weniger, es verändert sich, da musst du halt Bock drauf haben. Deswegen, wer sagt, ey, ganz ehrlich, ich will Tag und Nacht am Rechner sitzen, dann gründet keine Agentur, dann macht das nicht, weil ihr werdet das dann irgendwann nicht mehr tun. Oder ihr müsst euch irgendwie einen Vertriebler und einen Geschäftsführer einstellen und seid halt in der eigenen Agentur nur der Programmierer. Geht ja auch. Eigentlich nicht, also ich kann heute hier sein. Ich war vor zwei Wochen irgendwie in Nashville auf einer Konferenz. Also wenn du die Leute hast, die cool arbeiten und du weißt, auch wenn du nicht im Büro bist, funktioniert das? Hast du eigentlich jegliche Freiheit? Zwischendrin, klar, wenn du es aufbaust, sind das schon ein paar Jahre, wo du schlaflose Nächte hast und rund um die Uhr arbeitest. Also ich hatte dann auch schon mal irgendwie eine Panikattacke, mal einen Hörsturz und so, also da musst du halt durch, aber wenn du das dann hinter dir hast, dann wird es irgendwann wieder entspannter. hoch, nächstes Mal die Zeit über hohem Wasser. Ja. Das ist mir natürlich egal, aber du musst auch keine Mitarbeiter haben. Genau das, also nicht hohem Wasser. Ja. Ja, aber wie gesagt, wenn das sich mal eingespielt hat, kannst du ja auch mal einen Monat lang die Füße hochlegen. Ja. Alles klar, machen wir. Tatsächlich, wie machst du es besser, wie kannst du es verändern, also weniger finanzielle Geschichten, sondern wirklich Strukturen aufbauen, wie kannst du bestimmte Abläufe verbessern, um einfach effektiver zu werden, damit die Leute lieber arbeiten, weniger Stress haben, sowas hält mich dann wach. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dasein und ja, danke, danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020